60 Meter, 50 Meter, nein, 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 oh, lebst du noch? Peter, bist du tot? Ich hab mir nur das Horn verstaucht, alles gut, hallo, hallo, oh shit, what up, herzlich willkommen liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Steep, wir sind wieder zurück hier, wir stehen irgendwo im Akkund eines Berges, der Peter ist natürlich auch wieder mit dabei, ähm, wir haben uns für heute überlegt, wir machen vielleicht mal nochmal so zwei, drei Berggeschichten zusammen, weil ich die eigentlich damals ziemlich cool fand und irgendwie haben, wir die nur einmal gemacht und das ist ja ein bisschen schade, so, deswegen, los geht's, oder? Du musst, glaube ich, einmal dann auf A drücken, damit er da startet, äh, äh, hier hat ein Typ die ganze Zeit mit mir geredet, das steht auch schon dein Ziel, also ich glaube, ich muss wirklich nur, ja, Kontrollpunkt ist auch schon gesetzt, okay, perfekt, dann, äh, flieg los, ich flieg hinterher, alles klar, na dann, ab in die Lüfte, äh, wuhu, wir dürfen uns doch nicht berühren, also so wie beim Dreier, haha, okay, ah, Okay, oh, Jack, wir haben's doch geschatft, der Tack hat wieder was zu sagen, vielleicht sollten wir das öfter machen. Der gute Wagner. Oh, Jack, shut up. Nein, nicht im Ernst. Hast du dich gemault? Ja, ein bisschen. Okay, warte, warte, warte. Hä? Ich bin hinter dir. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wenn du dich maulst, sag direkt Bescheid, weil dann spawle ich auch nochmal neu. Also wenn ich irgendwie anfange, mehr komische Geräusche zu machen als sonst, dann heißt das in der Regel, ich habe mich hingelegt. Okay. Oh, das war noch ein normales Durch. Wie sieht's aus, Jungs? Ja, ich habe dich im Blick. Wenn du gleich fällst wie so ein Komet, dann weiß ich Bescheid. Leiser. Im Sturzflug. Okay. Schaffst du das? Oh yeah, natürlich. Sehr gut. Ich bin noch Meister. Sehr gut. Alles klar. Immer weiter so. Sieht super aus. Aber irgendwie bekomme ich gerade vom Berg nichts zu hören. Da, 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 da. Äh, der Bär, der sagt irgendwie nix, ne? Nee, das ist komisch eigentlich. Normalerweise redet der doch immer so schön mit so einer grettergleichen Stimme. Mhm. Und sagt mir dann, wie toll ich doch aus hier und überhaupt. Also zumindest stelle ich mir das gerne vor. Ich stehe auf die Berge. Dann hast du die richtigen Berge noch nicht kennengelernt. Oh Gott, Alter, wie sieht das denn dann aus? Äh, muss ich da unten durch? Äh, ja. Oh nein. Nein. Bitte mach keinen Mist, mach keinen Mist, mach keinen Mist, mach keinen Mist. Oh ja, nice. Sehr gut. Erstmal 1599 Punkte klar gemacht. Okay, sind nur noch zwei Checkpoints. Schaffen wir. Ich bin hinter dir, alles cool. Alles cool. Und warten, 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 ziehen. Ja. Nice. Äh, ich versuch mal hier unten im Tal zu landen. Okay, ich bin dabei. Oh, diese zugeschneiten Tanne, wenn ich das seh. Mir gibt's so das Herz auf. Jetzt allein mit der Kirche. Äh. Was war das? Moment. Hey, aber du bist da. Den falschen Knob gedrückt. Hey, aber wir stehen doch fast nebeneinander. Ist doch gelaufen. Perfekt. Wir tun einfach so, als wär's gewollt gewesen. Unglaublich. Ich werd jetzt nicht lügen. Zack und ich waren schon nervös. Jetzt sehen wir schon wieder komplett gleich aus. Ich muss mir aber einmal ganz kurz in einen anderen Wingsuit. Äh, wieso bist du jetzt weg? Ähm. Du bist einfach mal 3600 Kilometer weg. Äh, Meter. Ja, ich glaub, der hat mich wieder zurückgespawnt. Hast du gut gemacht. Ich würd' aber auch gern mal was anderes anziehen wollen. Ich hab doch bestimmt noch einen Haufen coole Klamotten. Wenn man so ein Premium-DLC-Heini ist, dann hat man gut Klamotten. Junge, ich bin jetzt der Freedom-Fighter. Bei mir gibt's kostenlose Demokratie. Ich komm wieder runter zu dir. Äh, die sehen alle eigentlich relativ hässlich aus, wenn ich das mal sagen darf. Scheiß. Hey, der leuchtet nämlich gar nicht so krass. Warum ist denn hier alles so teuer? Ja, das ist arschteuer. Ich kann mir, ich hab auch noch nicht alles freigeschaltet und ich spiel das Spiel jetzt ungefähr schon seit 80.000 Stunden. Okay, aber das hier kann ich mir kaufen und das sieht auch relativ interessant aus. Fuck me. Äh, ne. Level 13, nice. Sehr gut. So, hast du noch eine Berggeschichte für uns? Äh, ich kümmere mich. Kleinen Moment, Schatz. Äh, Berggeschichten war das mit dem Berg, ne? Ja. Das war das mit dem Berg. Was haben wir denn noch hier? Nachtläufer, Montrosa. Ja, Nachtläufer ist geil. Nachtläufer, okay. Da gibt's glaube ich auch eine Geschichte vom Berg. Was super nervig ist, aber wir machen's trotzdem. Äh, ach, mit Snowboard ist das? Genau. Oder mit Chian. Ich weiß aber gar nicht, wo das hier anfangen soll. Ich seh nämlich grad nix. Ich glaub, ich bin falsch. Kann das? Nee, wir sind richtig. Du musst einmal A drücken. Äh, das steht schon da, mein Ziel. Aber ich weiß gar nicht. Ach so, ja, oder? Das sind meine Geschichten. Äh, hier müssen Checkpoint sein. Direkt daneben. Hier. Sehst du den? Nein. Ach, zum Starten drücken, Moment. Aha. Genau, du musst einmal A drücken. Ich hab kein A. Ich spiel immer noch mit Tastatur. Ich vergesse das immer, Mann. Auf der Tastatur heißt das A, Enter. Drück Enter. Hab ich noch. Gut, dann los geht's. Alles klar, ich probier's einmal. Ich bin ein Berg. Bin ich hier richtig? Du bist hier richtig. Nee, wir müssen dem Charakter folgen. Och nee, oder? Ja, wir sind falsch. Okay, es abrettet mich. Abdrehen. Okay. Aha, verstehe. Der Lümmel muss vorfahren. Der Lümmel ist aber langsam. Ja, der ist jetzt sowas von langsam. Und ich bin dann im Baumsturm fängen geblieben. Auch cool. Spawn aber nicht neu. Nee, ich versuch einfach, dir hinterherzufahren. Aber mein Typ, es macht grad, was er will. Okay, ich hab mich befreit. Der Typ hier vorne, der braucht sowas so ne halbe Ewigkeit. Oh, erst mal gegen den Baum gerasselt. Oh, ist das so episch. Bist du da? Äh, 70 Meter. 60. Ja, kommst näher, kommst näher. Komm an mir ran. Komm, drück mich. Okay. Drück mich, Bruder. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht ernst meinen. Ich zerdrück dich. Ich kann dich nicht zerdrücken. Hallo. Oh, das ist so geil, ey. Oh, wenn ich das Panorama schon seh. Wo ist denn jetzt der Typ? Äh, hier bei mir. Okay, ich komm. Der legt erstmal einen Stunt hin. Kleine Tanne, Vorsicht. Wow. Ich bin so schnell. Boah, wir sind so episch. Boah. Ah, boah, ey. Jungen, wir sind die coolsten Typen, ey. Das ist ja unfassbar. Hä, wo ist der Typ? Der Typ ist schon wieder hin. Ich muss dauernd abdrehen. Dieser Berg ist kein Profi. Scheiße. Oh Gott. Oh, ne Ruine. Voll geil, ey. Guck, guck. Guck, guck. Äh, wo ist es denn? Ach, da ist es. Fetter Trick, Baby. Okay, pass auf. Jetzt kommt hier der Meister. Ich fernwärts. Äh, naja gut. Es war billig, aber es hat geklappt. Wow. Komm, lass mal rückwärts fahren. Hä, wie ging das? Äh, rechter Stick. Ach, shit. Hui. Oh, shit. Fuck. Ey, ey, warte auf. Juhu. Oh ja, nice. Mach. Ich komm hier nicht mehr raus. Peter. Äh, ich muss erst mal wieder auf den Typen warten. Der will irgendwie nicht mitkommen. Oder auf die Dame, besser gesagt. Auf die Berg warte ich. Was ist denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt? Ich bin im Berg. Kommst du doch klar? Ich bin im Berg drin. Was? Ich bin in... Ich komm hier raus. Bange. Jetzt. Oh Gott, 400 Meter, Alter. Das kann ich doch jetzt nicht mehr aufholen. Ich geb Gas. Gib Gas, du schaffst das. Es fährt immer noch langsam. Die Berg will nicht so schnell. Moment, wie schnell bist du eigentlich? Ein Staudamm. Hier baue ich eine Hütte. Obdrehen. Scheiße. Berg kannst du nicht einfach mal anhalten. Ich würde das Gelände hier gerade einfach nur genießen wollen. Nee, so läuft's nicht. Aber die Berg will nicht. Ja, Staudamm, stimmt. So, ich komm jetzt auch. Ich bin jetzt auch gleich da. Irgendwann. Von vielfältigen Landschaften über Steilwände voller Vorsprung. Oh, nice. Zu atemberaubenden Schmuck und riesigen unmanrierten Schneefäder. Ja. Achtung, ich komme. Achtung. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Ah, Achtung. Ah, Achtung. Ah, nice. Um alles herumgefahren. Ich bin so... Aua. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin wieder da, 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 ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh, Eisschuhe wären aber auch was Schönes, so ein paar Schlittschuhe. Oh, das wäre echt geil. Das wäre cool. Ist das schwul, dass wir das cool finden würden? Ich, äh, ich denke nicht. Okay. Soll ich mein Einhornkostüm dabei nicht anhabt? Und ich werde euch in die richtige Richtung führen. Da liegt was. Was übertreiben. Heb's nicht auf, da packst du dir nur was ein. Ich glaube, der fährt jetzt einfach hier auf den See drauf, ne? Na, so halb. Äh, ja. Hier kann man auch noch ein bisschen, ein bisschen Schlitter. Ja, man kann nicht schon so laufen, ne? Also, man bricht hier zum Glück auch nicht ein, obwohl das ein bisschen komisch klingt. Geht das vielleicht mit Schieren? Ja, man kann da drauf mit Schieren, das geht. Dann gleitest du so schön. Hallo. Hui. Hat aber nicht so richtig Kontrolle darüber. Äh, ich fahr einfach mal rückwärts. Hui. Nee, richtig kontrollieren kann man es nicht, aber es ist lustig. Ja, da gibt es auch eine Challenge. Da muss man dann quasi über so einen ganzen See fahren. Das ist super nervig. Ah, fuck. Ist das vielleicht sogar hier hinten, weil hier hinten ist direkt eine? Äh, nee, dieses nicht. Oder ist die ein weit weg? Okay. Äh, Berggeschichte, wie sieht es aus? Äh, ja, hol doch, hol eine raus. Ich kümmere mich drum. Le Berg? Le Berg. Je suis le Berg. Oh, die kann man mit dem Schlitten machen, nice. Oh nein. Schlitten, keine Widerrede. Oh nein. Okay, warte, ich komm. Ich hätte gerne Sonne. Was ist? Ah, Schlitten ist schön. Oh boy. Äh, AG Däutentier. So, ne? Ist richtig ausgesprochen. Äh, 0 von 4. Kein Respawn, Baby. Oh nein. Peter, das können wir nicht mit dem Schlitten machen. Das können wir nicht mit dem Schlitten machen. Das können wir nicht mit dem Schlitten machen. Oh nein, bitte. Oh nein, bitte. Oh nein, ich hab' noch nicht. Okay, es gibt vielleicht doch einen Schlitten. Oh Gott. So ist das nicht. Ja, gut. Ich hab' ein PS, also muss ich das schaffen. Achso, warte mal. Ich warte mal kurz auf dich. Ah. Dass wir wieder ein bisschen zusammenfahren können. Oh Gott. Oh, was ist denn das für eine Strecke, die ich hier... Hilfe. Hallo, hallo, hi. Ach da. Oh, rein. Okay, jetzt aber, komm. Drauf. Achso, ich glaube, darf man überhaupt stehen bleiben? Aua, äh, ja. Okay. Du kommst jetzt in die Kurve, vergiss das Reinlegen nicht. Boah, aber hier mit so'n Bob durch, das wär' halt richtig geil. Oh, Bob wär' auch was, das stimmt. Ich hab' den Season Pass, ich hoffe auf viele, viele DLC. Ja, sind alle schon draußen. Ach, Mann. Oh, shit. Und jetzt wieder drauf. Okay, es wird immer dünner. Es wird immer dünner. Oh, voll gegen Post gerannt. Äh, ja, ich schieß einfach... Ich glaube, ich hab' jetzt schon... Ich glaube, ich schaff' das nicht mit dem Schlitten. Es sei denn, darf ich kurz absteigen davon? Ey, darfst du nicht. Nee, darf ich, nice, doch. Ach, echt? Ist alles erlaubt. Ah, okay. Ich geh' das jetzt alles zu Fuß. Ja, dann warte ich auch noch eben auf dich. Ach, okay, ich muss noch eben hier die Rampe hoch, damit ich mein Checkpoint krieg'. So. Ist gut, Berg. Ich komm' ja gleich. Ich warte. Äh, da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Mein Schlitten will grad nicht. Oh, boy. 212 Meter. Okay, doch. Jetzt klappt sich nix. Okay, oh, wait. Ich komm' gleich schneller als die Liebe ist. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, oh. Okay, okay. 80 Meter. Oh. Oh. 60 Meter, 50 Meter. Nein. Oh, ja, das bedeutet nein. Ah. Nein. Lebst du noch? Äh. Peter, bist du tot? Ich hab mir nur das Horn verstaucht, alles gut. Hallo. Hallo. Oh, shit. Du hast mich voll weggeknüppelt. Oh, ist das ne Katze da unten? Das ist ne Katze. It's a cat, bro. Und jetzt hoch. Äh. Wem schlippt? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Hast du es geschafft? Ja. Sehr gut. Geilo. Ah, Mensch. Okay. Äh, eine schaffen wir, glaub ich, noch. Okay, äh. Soll ich meine, eben eine raussuchen? Äh, ja. Geil, ich mach mal. Oh, mal was lustiges. Alter, was geht denn jetzt ab? Ähm. Das klingt ganz gut. Jetzt einmal zu mir kommen. Äh, Moment, da muss ich aufs Panorama-Tröp. Die Frage ich, wie finde ich dich denn jetzt? Ach, guck mal, da bist du. 11.000 Meter. Das ist nix. Da fließt man eben so rüber. Hä? Äh, ich... Du schwebst bei mir. Ja, ich war im Helikopter und gönn mir erstmal ein Red Bull. Helikopter-Eltern. Ähm, Moment, aber wie... Wie löse ich denn jetzt die... Achso, okay. Siehst du auch die Bär-Geschichte? Folge deinem Freund durch die Kontrollpunkte. Ach, Moment, ich bin noch in der Cutscene. So, jetzt. Ah, ja. Äh, aktivieren. Was darf ich nehmen? Äh, ich glaube irgendwas zu Fuß. Ich fahr Snowboard. Snowboard. So. Okay. Kannst gerne fahren. Snowboard macht mir auch am meisten Spaß, muss ich sagen. Ja, mir auch. Das ist auch am geilsten, ohne Witz. Okay, dann ab dafür. Ah. Man mault sich nicht so schnell, man kann keine Tricks machen. Okay. Äh? Ach, ich muss schon wieder folgen? Oh nein. Ach, nee, doch nicht, oder? Hä? Ja, nicht so richtig. Also... Steht zwar folgen, aber wir haben ja sowieso die Checkpoints, also von daher... die werden mir halt nur nicht wirklich markiert. Ich hatte jetzt so ein orangenes Ding, aber... ...jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wo ich hin muss. Nee, fuck ich auch nicht. Warte mal. Hallo. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh nein, hier komme ich nie wieder raus. Ohne Witz. Das ist halt typisch Steve, man kommt hier jetzt nicht mehr raus. Warte. Also ich stehe hier und gucke einfach zu. Hallo. Hi. Da bin ich wieder. Okay, der Typ ist ja schon sofort von Meilen weit voraus, aber ist egal. Ich versuche gerade hier runter zu kommen. Ah, jetzt. Wo ist denn... Okay, da ist der Nächste. Wo ist der Nächste? Nächste Checkpoint hier vorne. Ach da, ich sehe ihn schon, sehr gut. Immer durch, Mike, frei. Immer durch. Fetter Trick, Baby. Wieso bleibst du stehen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe den Checkpoint hier mitgenommen. Ich muss nochmal hochlaufen. Hey, der wartet sogar hier, der Typ. Was ist das denn für eine Muschi? Äh, äh, ah ne, jetzt fährt er los bei mir. Es ist mega verwirrend gerade für mich. Ach man, soll jetzt die Tricks machen, die der macht? Äh, nee, das kann der Trick sein. Dann zeigt er mir jetzt ein Trick und dann soll man... Ah, das braucht man nicht. Oh, shit. Oh, shit. Ja, wir kommen und ankommen. Oh, ja. Oh, oh. Oh, wer baut die ganzen Felsen immer in die Natur, Mann. Oh, shit. Oh, das war jetzt knapp. Ich hätte mir fast eine blutige Nase jetzt zugezogen, aber... Ja, ja. Alles gut. Okay. Ich bin gleich da. Wait for me. Das mache ich. Ich meine, eigentlich warte ich darauf, dass der Typ wieder loskehrt, aber ich kann ja mal so tun, als wäre ich sozial. Cap 12, 60, 60, roast beef. Was sind das für Tricks? Also, wer benennt diese Tricks? Oh. Ist das ein richtiger Job? Ist das ein Vollzeitjob? Also kreativ muss man dafür sein. Aber echt roast beef, Junge. Oder den ganzen Tag in der Fastfood-Bude hängen. Oh. Klingt dann ein ganz guter Job. Äh, ja. Irgendwann kann man sowieso nicht mehr raus, denke ich mal. So, was macht der Kollege jetzt hier? Aber es ist halt echt, es ist wirklich hübsch, das Spiel. Es ist einfach hübsch. Es ist ja Schnee und die ganze Atmosphäre, ey. Es ist schon... Das zieht trotzdem nicht so wirklich heftig an der Performance, finde ich. Nee, gar nicht. Also, ich habe hier nicht den kleinsten Frame weniger. Ist alles konstant. Finde ich schön. Hallo Typ, kannst mal Galle geben. Boah, also die Tannen hier, die hatten ja ganz schön Schnee abgekriegt. Mhm. Da sind wir hier auf irgendeiner Schrotthalte, die zugeschneit ist. Ich glaube, das ist Plastik. Aua. Fahr mir nochmal in die Hacken und du wirst den nächsten Monat nicht erleben. Okay. Wir haben es eben nicht. Und abwärts. Es geht bergab mit mir. Ich habe es immer geahnt. Was macht der denn? Wieso bremst der denn jetzt? Was macht der denn? Was ist das? Ich werde sowas von... Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich verstehe es auch nicht. Hier ist sogar... Ich kriege den. Ich kriege den nicht. Doch, ich kriege den. Hast du ihn? Ja, ich habe... Was war das? Scheiße. Ah, fuck. Okay, ich werde ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Na gut. Abwohl, Moment. Ach, der Nächste ist gar nicht so weit weg. Ja, geil. Erstmal gegen die Klippe gerast. Nutzen wir mal die ganze Natur hier. Ein Backside Rodeo 720. Schön gerade gelandet. Backside Rodeo 720. Jo. Weiß ich Bescheid. Hallo. Wo lang? Wo ist der Typ? Wo lang? Der ist hinten. Der steht noch. Der steht noch. Wieso ist der nicht so schnell? Es ist markiert. Es ist markiert. Es ist markiert. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Dann fahre ein bisschen langsamer, dann fahre ich an dir vorbei. Ach, du musst eigentlich nur noch geradeaus fahren. Ah, ja. Okay, jetzt sehe ich es. Alles klar. Und. Wow. Hui. Und steinig durchs Ziel. All right. Hä, das war es immer noch nicht. Wo will der jetzt noch mit mir hin? Moment, ist es noch nicht vorbei? Nee, ist irgendwie noch nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach warten, bis der hier ist. Oder müssen wir noch weiter ins Tal hier im Moment. Weil, ich meine, es geht ja nur abwärts. Es kann ja nicht aufwärts gehen. Ich nehme echt ein Leben. Äh, nee. Jetzt bin ich fertig. Ich musste nur noch auf den Typen warten. Jetzt bin ich sowas von fertig. Und ich habe ihn neu jetzt auch. Ah, ja, freigeschaltet. Okay. Die haben die, sieht lustig aus. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder ein kleines Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann haut auf den Like-Button und schaut bei Lord Peter vorbei. Hallo, danke, tschüss.